Herr Bürgermeister, Sie sehen, ich halte Sie ein Wort. Ja, ich grüße Sie. Wir kennen uns ja. Die Katastrophe von Tschernobyl und deren Auswirkungen, weiß man, Ihr Land weiterhin mehr als jedes andere Land zu leiden hat, ist uns Mahnung, diese Gefahren nicht zu unterschätzen. Ich danke bei diesem Gelegenheit.